So, moin, einen wunderschönen guten. So, Leute, wir haben ja immer mega tolle Gewinnspiele bei uns. Und heute, heute wird es auf eine ganz individuelle Art und Weise richtig sportiv. Denn, bam, wir haben in der Summe 30 mal Delta-Protein-Shaker der Marke Reebok gibt es bei uns zu gewinnen. Also ich sag mal so, da ist ja die Sportlichkeit, kommt ja automatisch damit in die Gene hinein. So, ich als Sportmuffel, ich glaub, wenn ich davon trinke, hab ich mal in so einer Werbung gesehen, dann soll auch ich überall Muskeln haben, wo man gar nicht glaubt, dass man Muskeln bekommen kann. Ob das Ganze funktioniert, weiß es nicht. Ich befürchte auch, ich werde das nicht ausprobieren. Ich bin ja so ein Sportmuffel, ne? Aber der Becher ist irgendwie eigentlich ganz cool. Und ich hatte den eigentlich gerade da vorne stehen, aber der Opa Kai, der ist doch da irgendwo. Natürlich, logischerweise ist er jetzt auch bei Reebok. So, Kai, 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 im Zuge unserer tollen Gewinnspielaktion bist du jetzt auch gerade bei Reebok angekommen. Zeig doch erstmal diesen wunderschönen Shaker, du Nase. Das ist ein richtig cooler Shaker, ist das. Das ist der Delta Shaker, sozusagen für Protein-Shakes. Damit bekommt man sozusagen glutenfrei, nee, glutenfrei nicht. Klumpenfrei. Gluten? Klumpenfrei sozusagen seine Protein-Shakes hin, nicht glutenfrei. Blödsinn. Aber gut, was soll's. Warte, ich mach mal so, dann überbringe das mal. Ja, entspannt das, die Situation. Aber Reebok, auf alle Fälle, Reebok, hat auf jeden Fall super schöne Schuhe, ne? Übrigens, für alle, die es nicht wisst, das ist eine Marke, der Adidas. Richtig, ganz genau. So, das hat auch ja nicht so sein, dass man hier nicht mal... Oh, kannst du mal meine Brille, weil ich mal ein bisschen nach oben stupsen, so die rutscht immer. Danke schön. So, hab ich gut aufgepasst. Ach komm, das ist ja mal erklärt, zeig mal. Guck mal, auch das ist ein richtig, richtig cooler Schuh, den wir hier haben. Also, richtig tolle Sportschuhe von Reebok, die wir hier bei uns haben. Natürlich auch mit Gore-Tex drin, ne? Das heißt also, auch da, wenn man da unterwegs ist, am Laufen ist, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv. Aber halt auch die ganz normalen Schuhe... Winddicht? Was denn? Na gut. Erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter. So, die klassische Linie hier natürlich auch von Reebok dabei. So ein klassischer Läufer sozusagen. Du musst ein bisschen tiefer halten, sonst sieht man gar nicht, dass du redest. Ja, ach so, natürlich, klar. Ja, das wäre ja auch... Guck mal, es sieht aus, dass ich den Schuh specke. Ich komme gleich nochmal vorbei. Ich gehe nochmal einmal um den Weg hier drumherum. Dann kannst du den schön in deine Hand richten, Kai. So, jetzt kommt... Hallo Kai. Hallo, Riebok. Was haben wir denn da gerade? Pumaschuhe, auch sehr hübsch, ne? Aber wir sind jetzt ja bei Reebok. So, wir sind jetzt bei Reebok. Oh, wie schön du den Schuh hältst. Erzähl mal, was gibt es da Tolles zu zu sagen? Klassischer Läufer sozusagen, super tolle Schuhe hier von Reebok, die wir haben. Das sind richtig Preis-Leistungs-Sieger, sage ich mal wirklich. Preis-Leistungs-Sieger? Ja, natürlich, klar. Die haben ein super tolles Leistungsverhältnis, weil die Qualität stimmt. Es ist modisch, es ist angesagt und letztendlich ist es ein toller Sportschuh, mit dem man nie was verkehrt macht. So, Rums, und dazu gibt es doch den berühmten, was hast du gesagt? Den Proteinshaker. Warte mal, den Delta Proteinshaker der Marke Reebok-Vielglück. Genau, richtig. Alter, der Force 2 oder so, das hätte noch besser geklommen. Was für ein Ding? Force 2, keine Ahnung. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, also vielen Dank für diesen hochintellektuellen Beitrag, lieber Kai. So, unser Gewinnspiel läuft also. Was bedeutet das? Fleißig mitmachen, mitmachen, mitmachen. Und den Gewinn gibt es dann auch, diejenigen, die halt dann gezogen werden, ne? Gibt es dann auch hier in der Filiale in Kaltenkirchen abzuholen. Natürlich auch an allen anderen Standorten. Wenn man gewonnen hat, logisch. Das muss ja schon sein. So, das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Bis denn her. Das muss ja schon sein.